Gefällt dir dieses Auto? Ja. Und warum? Weil es nicht ihr gehört. Warum rauchen sie? Rauchen ist doch gesund. Meinst du, dass Rauchen gesund ist? Nein, ganz im Gegenteil, weil ich eine schwarze Lunge Dann habe ich meine Meinung von diesem Buch und diesem Buch und hier. Ich sage sehr viele Salute, Bürgermeister von Walchreiburg. Du wichser. Ich habe schon ein anderes Buch geschrieben. Das bedeutet, grüß Gott. Ich muss ein Recht geben. Das ist nicht normal, so etwas. Oder meinst du das? Ist es normal? Ein Massengrab? Für Politiker könnte es sein. Und für die Versicherung, was soll denn das? Was ist das? Na bitte schön. Wir können nicht mal Fußball spielen hier. Hier, lebensgefährlich. Schauen wir sie mal. Bürgermeister. Ja, das ist ja. Schöne Grüße an Bürgermeister. Hallo. Ist das alles? Ja. Sag, du sollst du 10.000 Euro geben und die gibst du dann mir? Ja. Nein. Scusi, werse wie Sie, dieser Fahrer? Eher persönlich? Nein, nein, nein. Ich fiere das Fahrer? Nein, ich bin mir zegt, wenn ich die Euro-Fate in die Leute hätte. Oh, ich bin mit dem Fahrer. Ich bin auf shirts. Wir tangen, wir tangen, wir. Oh, dieseいただieren. Diese sind für die the Italianer. Diese sind für die persone. Ja, dies. Sie sind für die Hände. Das geht schon, oder? Ich brauche eine andere. Schnitt! Und du hast nichts gehört, vielleicht? Ich habe alles gehört. Kurze, danke, fangen wir nächste Woche zur Schule an. Auf jeden Fall an den Bürgermeister. Noch einmal, Herr Sendik von Wahlkrebek, ascolti bene le parole di questo Personaggio che ha fatto di tutto, che Wahlkrebek diventa un punto di schifette. Eh, qu'è delle parole san? Eh, Herr Bürgermeister, im Augenblick der Begeisterung. War das... War das richtig? War das richtig, dass der Bürgermeister wieder gewählt worden ist? War das ein großer Fehler? Meinen Sie, die Engelmann wäre besser gewesen? Hier von der Apotheke? Ich meine, von hinten oder von vorne? Naja, gut, ich meine, Frau Engelmann, ich hätte sie auch gerne gewählt, aber für was anderes. Sie hätte mir ruhig etwas verschreiben können. Ich meine, die Millionen, die du gemacht hast, hast du doch auch deinem Eis zu verdanken. Die Qualität passt. Und du willst hier noch 50 Jahre bleiben, oder nicht? Oder nach Brasilien? Das wäre etwas ganz Gutes. Brasile. 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 A Brasile con furore a Brasile. Brasile. Ja, Ja. Komplimente. Nein, doch schon, ich habe Zigaretten vergessen. Aber ich rauche nur Zigaretten. Ich brauche etwas Starkes. Ich habe gute Ware ausprobiert, aus Kolumbien und so, momentan ist der Renner aus Türkei. Zwei, dreimal probieren, beim Vettemann stirbst du. Mi scusi, come lavoro qui, ti trovi bene? Ti trovi bene? Li prendi 3-4 mila Euro al mese? Di più. Di più, bravo. Oh, non è possibile. Oh, posti di lavoro in Germania? Oh, ma chi stiamo scherzando? Lei cosa ne pensa? Comunque è una bella macchina. Comunque c'è differenza tra la Subada e questa c'è, però è elegante questa. Ti piace? È più elegante questa. Però ci vorrebbero 100 cavalli in più. 100 cavalli in più! 100 cavalli ci vogliono! Mi scusi, lei, posso fare una domanda? Cioè, posso fare una domanda? È in inglese o in francese? È in inglese? Sì, mi dico. Tu cosa ne pensi di questa macchina? Un'opinione però giustificabile. È una buona macchina. Una buona macchina. Cioè sarebbe qualcosa anche per te? Come? In che senso? Ti piacerebbe portare questa macchina? Certo. Ma comunque io penso... Che macchina c'hai tu? Ferrari, Lamborghini? Schnitt, schnitt. Schnitt? Schnitt? Cosa è questo? Eh, questa è... ehm... Gestapo, la Gestapo, la Gestapo. Cosa si tratta di un bambino? Cosa si tratta di un bambino? Cosa ne pensi del sindaco? Eh? Sindaco? Sì, sì. Tranquillamente. Mi dicono la verità. Noi diciamo solo la verità. No, no, ma la domanda... Ah dai, cosa ne pensi delle ragazze tedesche? Dai, più o meno. Eh... Schnitt, schnitt, schnitt. Le ragazze tedesche a te perché ti piacciono? No, no, le rumene. Le rumene? E le polacche. Polacche? Ma noi siamo in Germania qua. Mi sento che io sono in Germania e non sono in Germania. Che caldo, eh? Scusa, lei è della ragazza qua. Che auto le indichine da me? Lei è della ragazza, come dovrebbero essere ragazze secondo lei? Molto anni. Questa non te la vendi? Eh... Tanti saluti. Ma c'è stata vera questa? Ma c'è quanto i filmini? 300.000 film? Ehm... Ciao, oi. Ciao. Ciao, oi, oi. Ehm... Aproposso... Ehm... 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 Ehm...